Für mich ist gesundes Essen sehr wichtig. Ich kaufe aber, vor allem bei Obst und Gemüse, nur Produkte aus der Region. Die sind am frischesten. Warum soll ich Äpfel kaufen, die über 1000 Kilometer mit dem Flugzeug hierher transportiert worden sind? Die langen Transportwege sind bestimmt nicht gut für die Qualität der Lebensmittel. Nein, ich kaufe ganz bewusst nur Sachen von hier. Auch wenn ich dann im Winter eben keine Erdbeeren essen kann.